Das Innere des Katana sah ganz anders aus, als Dominik es sich vorgestellt hatte. Er vermutete darin, das Spiegelbild seiner Crew wiederzuerkennen. Was auch immer er im Sinn gehabt hatte, es entsprach nicht dem, was er dort vorfand. Alle Korridore waren sauber und nicht durch individuelle Vorlieben verändert. Es gab weder Wandbilder noch Graffiti. Es roch angenehm und frisch. Jonathan McIntyre legte offenbar großen Wert auf Sauberkeit, Ordnung und Disziplin. Wenn Dominik alles zusammenzählte, was er aus den Worten und dem Gebaren über den Mann herausgefunden hatte, kam er zu dem Schluss, es mit einem ehemaligen Soldaten zu tun zu haben. Die bewaffneten Eskorte brachten Roslyn, Dominik und die beiden anderen jungen Männer auf die Brücke, wo man sie vor dem Fenster Aufstellung nehmen ließ. Die Triss war gestartet und das Land glitt unter ihr dahin. Zwischen den Wiesen und Feldern sah Dominik brennende Siedlungen, Häuser. Sie haben ganze Arbeit geleistet, bemerkte Roslyn. Hat bestimmt nicht viel Gegenwehr gegeben, sind ja alles Bauern und Arbeiter, die hier leben. Sie sind im Irrtum, korrigierte McIntyre. Unbewaffnet ist hier keiner. Und unschuldig erst recht nicht. Wer ist das schon? Die machen hier gute Geschäfte, aber nicht mit Rüben oder Kartoffeln. Roslyn war bemüht, sich gleichgültig zu geben, aber sicherlich brannte es in ihm, Antworten zu erhalten. Auch Dominik fragte sich, was der Piratenkapitän mit seinen Bemerkungen sagen wollte. Die Karten völlig offenlegen wollte er zumindest nicht. Er sang lediglich die Overtüre, um Blake den Hauptteil der Oper zu überlassen, um aus dem Chaos im Sonnensystem größeren Nutzen zu ziehen. Sie verschafften Flüchtlingen Passagen zu vermeintlich sicheren Orten oder verkauften Drogen an jene, die mit den Lebensumständen und den vielen Verlusten, die sie erleiden mussten, nicht mehr fertig wurden. Es gab Privatarmeen, bestehend aus Mitgliedern verschiedener Sicherheitsfirmen, die in manchen Teilen des Sonnensystems für Angst und Schrecken sorgten. Vielleicht hatten sich gleich mehrere Syndikate auf dem San Maria Habitat einen Stützpunkt geschaffen. Aber warum sollte das für die Piraten ein Problem sein, überlegte Dominik weiter. Er hielt es nur für logisch, dass es unter den verschiedenen kriminellen Gruppierungen Berührungspunkte gab. Doch so wie es jetzt aussah, hatte er sich in diesem Punkt geirrt. McIntyre deutete auf den Turm im Zentrum der künstlichen Sphäre. Wir sind gleich da. Dann werden wir sehen, was passiert. Die Stadt, die sich sternförmig um den zentralen Turm in alle Richtungen ausbreitete, machte einen verlassenen Eindruck. Die Straßen und Plätze leer, etliche Häuser zerstört, Qualm trübte die Sicht über den Dächern. Die Triss ging auf einer Plattform nieder, die über einen schmalen Steg mit dem Hauptgebäude der Stadt verbunden war. Der Wind wehte und pfiff klagend um den Turm, die kühle Luft roch nach Rauch. Eine Eskorte brachte die Crewmitglieder der Zora ins Innere des Turms und betraten dort eine große Halle. Eine Art Hangar, in dem allerlei Geräte und Transportbehälter herumstanden, bereit in die daneben stehenden Transporter geladen zu werden. Durch die halb geöffneten Tore des Gebäudes drang das Tageslicht ein. Schummriges Licht, wie das in einer alten Kathedrale. Was Dominic sofort ins Auge fiel, waren die Gruppen von Gefangenen, die gefesselt vor den Rampen der Transporter saßen. Ihre Wächter blickten grimmig und hielten die Waffen auf die Frauen und Männer gerichtet, die vor ihnen kauerten. Angst stand den Gefangenen in die Gesichter geschrieben, und einige waren offenbar verletzt. Sie wimmerten vor Schmerzen und krümmten sich. Gerade erhielt jemand einen kräftigen Tritt in die Seite, der ihn aufstöhnen ließ. Dominic erfüllte der Anblick mit Wut und Zorn. In der Mitte der weitläufigen Halle erhob sich eine ansehnliche Menge von Konsolen und Computer-Terminals, an der sich die Piraten zu schaffen machten. Blake war bei ihnen und überwachte jeden Handgriff. Als McIntyre seine Ankunft mit einem knappen Gruß kommentierte, drehte sich Blake zu Roslyn und seinen Begleitern um. Blake breitete die Arme aus. Willkommen im Hauptquartier der Flats! Seine Miene blieb ernst, während er das sagte. Dominic konnte mit diesem Wort nicht viel anfangen, aber Roslyn reagierte mit einem verächtlichen Schnauben. Sie haben eine Zuflucht der Menschen angegriffen. Die Stimme des Offiziers verriet eine Aufregung, der Irritation zugrunde lag. Wollen sie sich einreden, sie hätten den Schlechtern eine Lektion verpasst und könnten damit das Verbrechen abmildern? Blake kam näher und blieb erst eine knappe Armlänge vor Roslyn stehen. Während die Flotte gemeinsame Sache mit den Flats macht, haben wir ihnen bereits den Krieg erklärt und führen einen offenen Krieg mit dem Pack. Dominic hatte das unbestimmbare Gefühl, dass der Pirat die Wahrheit sagte. Es fügte sich in den Hintergrund, vor dem die geheimnisvolle Mission der Zora spielte. Dominic fühlte, wie ihm die Worte des ehemaligen Admirals den Boden unter den Füßen wegzogen und sein Weltbild ins Wanken brachte. Ich habe noch keine Ahnung, inwieweit dieser Schritt den ohnehin schon großen Zorn ihrer Admiralität auf mich steigern wird, fuhr Blake fort. Aber ich nehme es in Kauf, dass man mir die ganze Flotte hinterherjagt, wenn auch nur einer dabei ist, der sich anschließend Fragen stellt. Ich bin es gewohnt, unbequem zu sein und Prügel einzustecken. Das ist nichts Neues für mich. Lediglich die Größenordnung der Prügel hat sich gesteigert. Dominic bemerkte, dass er nicht nur zu Roslyn sprach. Er richtete seine Worte auch an ihn und seine jungen Kameraden. Er dozierte, belehrte, streute Zweifel, säte den Samen des Ungehorsams. Und wenn man einmal gelernt hat, sich den Schmerz zu verbeißen, fuhr Blake mit leicht amüsierter Miene fort, stehen sämtliche Türen offen. Er sah Dominics Kameraden an. Die Freiheit des Außenseiters steckt voller Möglichkeiten, einem Ideal zu entsprechen, das man innerhalb der gesellschaftlichen Grenzen nicht erreichen kann. Ich muss mich meiner Konvention beugen, die mich in der Verfolgung meiner Ziele einschränkt, ging Roslyn dazwischen. Was mich interessiert ist, wie es ihnen gelungen ist, in die Sphäre einzudringen und sie zu erobern. Ich gebe zu, tadelte er sich selbst. Wir hatten einen äußerst wackeligen Plan. Und wie so oft, beschert einem der Zufall dann bessere Alternativen. Wir kamen gerade hier an, als die Kamen ihre Ware abholen wollten. Ware? Er hob beschwichtigend die Hand. Geduld, dazu komme ich gleich. Es wird sie beeindrucken. Sie schockieren. Er hielt einen Augenblick inne, als stünde er selbst noch unter dem Eindruck eines schrecklichen Erlebnisses. In Anbetracht seiner langen Kampferfahrung wog dieser Moment des schockierten Innehaltens umso schwerer. Die Kamen waren gerade im Begriff anzudocken, als die Akato auftauchten und die Klinge unter Feuer nahmen. Dabei haben sie, wie üblich, erhebliche Verwüstungen in der näheren Umgebung angerichtet. Ihnen dürften die schweren Schäden auf Samaria nicht entgangen sein. In diesem Chaos setzten wir unsere Beibote ab und drangen in das Habitat ein. Es war ein leichtes, die Flats zu überrumpeln. Es herrschte Chaos und Panik. Roslyn schwieg. Aber jetzt zu der Ware, auf die es die Kamen abgesehen haben. Auf einen Wink des ehemaligen Admirals brachte ein Trupp von Piraten einen Schweber heran mit vier darauf festgemachten zylindrischen Behältern. Die Innenbeleuchtung der Behälter leuchtete auf und offenbarte den schrecklichen Inhalt. Denhard musste sich übergeben und verteilte sein Mittagessen über den Boden. Auch Dominics Magen verkrampfte sich, als er die verkrümmten, deformierten Körper erblickte, die in einer blauen Nährlösung schwammen. Sie zuckten, als würden sie von Stromschlägen geschüttelt. Körperteile fehlten und an vielen Stellen war die Haut abgezogen. Dominic konnte direkt auf das rosige Muskelfleisch und auf das Geflecht roter und blauer Adern sehen. Das sind die Einwohner von Habitat Cephir, erklärte Blake und betrachtete die Behälter, als würde er sie das erste Mal in Augenschein nehmen. Cephir wurde vor zwei Wochen von der Flotte evakuiert, aber die Menschen kamen nie an einem sicheren Ort an. Stattdessen endeten sie hier, obwohl... Er legte nachdenklich einen Finger ans Kinn. Enden ist nicht korrekt. Sie hätten noch eine weite Reise vor sich gehabt. Hinein in die inneren Welten der Galaxis. Während der alte Admiral mit seinen Ausführungen fortfuhr, musste Dominic alle Kraft zusammennehmen, um sich nicht ebenfalls zu erbrechen. Eine der verstümmelten Frauen, die sich an ihrem blauen Bartwand und krümmte, blickte ihn direkt an. Ein durchdringender Blick, voller Schmerz und Verzweiflung. Sie war am Leben und offenbar bei Bewusstsein. Ihr Mund stand offen, weit aufgerissen zu einem stummen Schrei. Sie atmete die Flüssigkeit, in der sie schwamm und formte Worte, die ihre Lippen nicht verlassen konnten. Roslyn schüttelte den Kopf. Auch er war bleich geworden und hatte Mühe, die Festigkeit seiner Stimme nicht zu verlieren. Und ihre Anwesenheit hier entspringt dem Ideal reiner Menschenfreundlichkeit? Er spuckte den Satz voller Verachtung aus. Sie Heuchler! Blake wandte sich wieder dem ersten Offizier der Zora zu. Auch wenn ich jetzt zu den Piraten gehöre und einige Dinge getan habe, auf die ich nicht stolz sein kann, so habe ich dennoch nie aufgehört, ein Mensch zu sein. Genau genommen habe ich mich auf eben diesen Weg begeben, um meine Menschlichkeit nicht zu verlieren. Eine Notwendigkeit wollte ich nicht alles verraten, woran ich glaube. Roslyn sah angeekelt aus. Ich habe keine Lust mehr, mir ihre Entschuldigungen anzuhören. Angst und Ekel ergriffen Dominic, während die beiden Männer diskutierten und es ihm unmöglich war, seine Augen von den bedauernswerten Menschen abzuwenden, die in den engen Behältern litten. Aber sie haben natürlich recht, räumte Blake ein. Ich kam nach St. Maria, weil ich musste. Unter den Bedauernswerten, die hierher gebracht wurden, befanden sich Mitglieder meiner Mannschaft. Ich hatte vor, sie zu befreien. Und bevor sie fragen, nein, es ist mir nicht gelungen, sie unter den Tausenden zu finden, die hier wie Frischfleisch gelagert werden. Sie haben mein Mitgefühl, knirschte Roslyn. Blake überging Roslins Zynismus. Wir scheinen eine ausgesprochene Delikatesse auf den Tellern mancher interstellaren Kulturen zu sein. Und die Flats bedienen die Cayman, die unsere Körper an die Welten dort draußen verkaufen. Im Gegenzug werden sie nicht angegriffen und erhalten Edelsteine, Gold oder das eine oder andere technische Spielzeug, das die Cayman entbehren können. Wir haben herausgefunden, dass es auch andere Rassen gibt, die Handel mit uns betreiben, im doppelten Wortsinn. Ich weigere mich, das zu glauben, warf Bergmann ein, der Blake mit großen entsetzten Augen ansah. Die Lippen des jungen Soldaten bebten, während er sprach. Wir Menschen kämpfen gemeinsam gegen die Ausrottung. Wir würden niemals mit den Feinden Handel treiben oder gar Menschen an sie ausliefern, damit man sie ausschlachtet. Blake lächelte mitleidig. Menschen nutzen immer Gelegenheiten, um sich zu bereichern oder ihr erbärmliches Leben zu retten. Die Hoffnung auf einen Zusammenhalt der Menschheit angesichts einer ultimativen Bedrohung ist ein naives und dummes Märchen. Wir können nur versuchen, das Schlimmste zu verhindern und alles daran setzen, unsere Ideale zu bewahren. Wohin auch immer es die Menschheit verstreuen mag, wir werden immer uns selbst mitnehmen, ob wir nun gut sind oder böse. Er zog unvermittelt seine Pistole und schoss in die vier Behälter. Das Glas splitterte mit knirschendem Geräusch und die blaue Flüssigkeit schwappte ölig über den Boden. Ein säuerlich beißender Geruch verbreitete sich, während die leblosen Körper in ihren Halteriemen baumelten. Das Licht im Inneren der Zylinder ging aus und die Dunkelheit legte sich gnädig über den grausigen Anblick. Denghardt ging in die Knie und übergab sich ein weiteres Mal. Was haben sie jetzt vor? wollte Roslyn wissen. Blake steckte die Pistole in den Holster zurück. Wir werden uns sämtliche Daten aus dem Hauptrechner Samarias holen und dann jagen wir diesen Ort des Schreckens in die Luft. Das Sprengkommando ist schon seit Stunden bei der Arbeit. Eine Frau in mittleren Jahren, die an den Konsolen arbeitete, forderte Blakes Aufmerksamkeit. Schiffe im Anflug! Ein Kampfverband aus zwei Kreuzern und vier Zerstörern! Mit wem haben wir das Vergnügen? Sie haben noch nicht auf unsere Funksprüche reagiert, informierte die Frau. Da hat jemand den Braten gerochen, meinte der Pirat anerkennt. Und es gibt tatsächlich noch Offiziere mit Verstand in der Flotte. Wir haben die Datenübernahme abgeschlossen, teilte die Frau Blake mit. Wir dürften jetzt genügend Material haben, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Verschwinden wir! Du hast recht, Mira. Kehren wir auf die Athena zurück. Wie war das nochmal? Erinnerte Roslyn. Keine Kooperation, lediglich Informationsaustausch. Ich würde diese Daten gerne haben, als Zeichen ihres guten Willens. Wir werden die Informationen zuerst auswerten. Blake nahm einen Datenwürfel aus Miras Hand entgegen, nicht größer als eine Streichholzschachtel. Natürlich lege ich fest, was sie bekommen. Keine Kooperation. So wollten sie es doch. Also auch keine völlige Transparenz. Sie heben lediglich auf, was ich auf dem Weg fallen lasse. Niemand bedauert das mehr als ich, denn das macht es komplizierter, als es sein müsste. Er schob den Datenträger in seine Brusttasche. Jonathan wird sie zu ihrem Schiff zurückbringen. Wie meine Leute berichtet haben, hat ihr Käpt'n eine Bergungsmannschaft geschickt. Aber sie werden keine Zeit haben, das beschädigte Bayboot zu bergen. Zu schade. Ich hasse Verschwendung. Aber in 30 Minuten gibt es Samaria nicht mehr. Also machen sie, dass sie fortkommen. Wieder zeigte der dunkelhäutige Pirat sein makellos weißes Grinsen und machte eine einladende Geste in Richtung Ausgang. Wenn ich bitten dürfte? Mein Schiff wartet. Roslyn und seine kleine Gefolgschaft machten sich daran, den Turm zu verlassen, als Blake sie zurückhielt. Teilen sie ihrem Käpt'n mit, dass ich ein Mensch guten Willens bin, behauptete er lächelnd. Ich teile gerne, was ich habe. Vielleicht ist er ja bereit, über reinen Datentransfer hinaus zu gehen. Das Rettungsteam und die Piraten standen sich gegenüber, ohne jedoch die Waffen aufeinander zu richten. Dazwischen hockten die restlichen Mitglieder der Esther im Gras. Die zwei grotesken, schwer bewaffneten Schiffe schwebten immer noch über der Szene und zielten auf den Transporter, der Perks Rettungsteam an diesen Ort gebracht hatte. Das war alles, was Dominic durch das schmale Fenster im Laderahm der Triss erkennen konnte. Roslyn musterte seine kleine Crew mit eisigem Blick. Ihr werdet alles vergessen, was ihr gesehen und gehört habt, befahl er, als ein Ruck durch die Triss ging, die auf dem hügeligen Land aufsetzte. Das Schott, vor dem sie standen, glitt zur Seite und eine kurze, steile Rampe glitt nach draußen. Er packte Denghardt am Oberarm. Der junge Mann biss vor Schmerzen die Zähne zusammen, während Roslyn abwechselnd ihn und Bergmann anstarrte. Kein Wort verstanden, wiederholte der erste Offizier. Verstanden, Sir, antworteten die beiden fast gleichzeitig. Die zwei Rekruten waren augenscheinlich mit den Nerven am Ende, und auch Dominic konnte nicht gerade behaupten, die vorangegangenen Minuten seien spurlos an ihm vorübergegangen. Immer wenn er die Augen schloss, sah er die Gesichter der gepeinigten Menschen in den gläsernen Behältern. Dieser Anblick würde ihn noch lange verfolgen. Das ist kein Ruhmesblatt in meiner Laufbahn, hörte Dominic den ersten Offizier murmeln, während sie die Triss verließen und ihnen die Piraten entgegen kamen, die gerade noch die Crew der Zora bewacht hatten. Die martialisch gekleideten Kriminellen grinsten sarkastisch, machten spöttische Bemerkungen und obszöne Gesten, während sie an ihnen vorbeigingen. Das nächste Mal, wenn ich ihnen einen Befehl gebe, Porter, zischte Roslyn, während sie ihre Schritte beschleunigten. Reagieren sie sofort. Er nahm damit Bezug auf Dominics Zögern, als er seine Mannschaft aufgefordert hatte, die Waffen niederzulegen, um sich den Piraten zu ergeben. Sie sind nichts weiter als mein kleiner Finger, Porter, keuchte Roslyn, während sie die Anhöhe hinaufliefen, wo das Rettungsteam und die übrigen Crewmitglieder warteten. Und wenn ich mir den kleinen Finger in den Arsch schiebe, erwarte ich, nicht mit ihm zu diskutieren, haben wir uns verstanden. Ja, Sir, keuchte Dominic zurück, ich werde es mir merken. Ansonsten danke ich ihnen, dass sie es sich verkniffen haben, das Maul aufzumachen. Schön, sie wohl aufzusehen, empfing sie Sergeant Loomis, der das Rettungsteam leitete, ein korpulenter Glatzkopf, dessen Uniform sich über seinen Bauch spannte. Wir fürchteten das Schlimmste. Hat die Zora auch was abbekommen? erkundigte sich Roslyn und eilte mit seiner Mannschaft in den Transporter der Bergungscrew. Nein, aber wir mussten uns zurückziehen, bekannte der Sergeant entschuldigend, als wäre er dafür verantwortlich gewesen. Überlegene Feuerkraft, Sir, modifizierter Rattlesnake-Kreuzer, erstklassiges Überraschungsmoment, wenn ich das anmerken darf. Wir haben es gesehen. Aber jetzt zahlen wir es ihnen heim, er deutete nach oben. Die Flotte ist angekommen, habe ich mitbekommen. Wenn ich mir erlauben darf, Sir, meinte Loomis mit irritiertem Unterton. Es war reichlich seltsam, ohne ausreichend Geleit hier aufzutauchen. Es wird nicht zu vermeiden sein, dass die Mannschaft darüber diskutiert. Ich kenne unseren Käpt'n ja, aber das alles ist schon eigenartig, dieser eilige Aufbruch, ganz alleine, dann das Treffen mit Piraten, ich meine, was meinen sie? versetzte Roslyn. Ich dachte, sie kommen vielleicht nicht zurück, Lösegeld und so, sie verstehen? Hört sich an, als wären sie nicht gerade glücklich, mich wohl aufzusehen. Das wollte ich damit nicht sagen. Er kratzte sich an der Stirn. Es ist eben nur ungewöhnlich. Der Käpt'n weiß, was er tut. Es klang nicht überzeugend genug. Wie war das nochmal mit dem Finger? überlegte Dominic. Warum ließ Roslyn die Kritik am Käpt'n zu und kommentierte es nur so mild? Er hätte Loomis für diese Mutmaßung in Grund und Boden rammen können. Es sah so aus, als wollte der erste Offizier einer Diskussion aus dem Weg gehen und nicht noch der nicht von der Flottenleitung stammte. Jedenfalls stammte er nicht aus dem Gremium verdienter Admirale, die normalerweise über die Flottenbewegungen bestimmten. Auch Denghardt und Bergmann mussten das mitbekommen haben, sie waren ebenfalls keine Schwachköpfe. Die Schleuse wurde verriegelt, als sich alle an Bord des Bergungsschiffes befanden und nachdem sie alle auf den Sitzenplatz genommen hatten, flog es ab. Es gab kein großes episches Vertretern der Heimatflotte und dem abtrünnigen Admiral. Die Athena stellte sich dem Kampf nicht, sondern flog davon, wobei sie einem Akkato-Kampfverband bedenklich nahe kam, der gerade vorüber zog. Die Flotte jedenfalls brach daraufhin die Verfolgung ab, um nicht in einen Konflikt mit den Außerirdischen zu geraten. Die Alarmsirene schnarrte unentwegt, während Dominik wieder am Feuerleitstand der Zora saß. Das Schiff beschleunigte und schloss allmählich zur Flotte auf, die sich von der künstlichen Sphäre entfernte. Dominik wandte den Blick nicht von Samaria ab. Von seiner Position im Leitstand der Schützlinie hatte er eine gute Sicht auf das riesenhafte Gebilde. Noch nahm das Habitat mit seiner grünen Fläche aus Feldern, Wiesen und Wäldern einen Großteil seines Sichtfeldes ein. Gespannt verfolgte er auf den Anzeigen, wie sich die Distanz vergrößerte. Die Ziffern des Kilometerzählers schienen sich nur langsam zu verändern. 100 Kilometer, 200 Kilometer, 300. Unvermittelt wurde Samaria von vielen mächtigen Explosionen in Stücke gerissen. Zuletzt ein einziger greller Blitz, heller als tausend Sonnen und die Sphäre verging in atomarem Feuer. Große Fragmente des Habitats trudelten in alle Richtungen davon. Kleinere Teile jagten an der Zora vorbei, das Schildsystem knisterte und die Überlastungsanzeigen glommen leuchtend rot. Die Zora erreichte eine weitere Beschleunigungsstufe und schoss mit Höchstgeschwindigkeit davon. Er überholte die Trümmer der Station, von denen mehrere erneut gegen den Schild des Schiffes prallten. Ein größeres Teil zerplatzte funkensprühend am Schutzschirm. Das Schildsystem saugte an den Stromleitungen der Zora, um die verlorene Energie auszugleichen. Für einen Moment flackerten die Kontrolllampen, auf die Dominic starte. Die Beleuchtung ging für einige Sekunden aus. Endlich gelang es dem Schiff, sich aus der Wolke von glühendem Schrott herauszukämpfen und das Inferno hinter sich zu lassen. Es war beruhigend mit anzusehen, wie sich die Anzahl der roten Pünktchen, die der Zora gefährlich werden konnten, auf dem Zielmonitor verringerte. Erleichterte atmete Dominic auf, als der letzte von ihnen verschwunden war. Die Zora gliederte sich in den Flottenverband ein und der Alarm wurde aufgehoben. Die Schiffe verließen den Bereich um den Jupiter und steuerten den aus Habitaten bestehenden Valongato-Ring an, der sich zwischen dem Gasriesen und dem Mars befand. In diesem Ring gab es 900 Habitate, die für jeweils eine Million Menschen ausgelegt waren und zehn, auf denen es mehr als fünf Millionen Bewohner gab. Alle Habitate waren inzwischen überfüllt und am Rande ihrer Leistungsfähigkeit. Die Umstände der Flucht und dieser Völkerwanderung von nie gekannten Ausmaßen machte es notwendig, das tatsächliche Limit der künstlichen Sphären auszutesten. Man hatte die Umlaufbahnen der Habitate gegenüber der Ekliptik um 45 Grad versetzt, um die Begegnungen mit den beiden außerirdischen Rassen zu minimieren, die für gewöhnlich entlang der planetaren Ebene operierten. Kurz vor Erreichen der ersten Station verließ die Zora den Flottenverband und setzte Kurs auf das Chester Habitat. Nicht ganz so gewaltig wie das hauptsächlich für landwirtschaftliche Zwecke konstruierte Samaria, aber auch Chester gehörte zu den Ein schillernder überfüllter Moloch aus Ferroplast und Metall. Ein Hort faszinierender Möglichkeiten für Glücksritter, Verbrecher und Verzweifelte, in dem die Ordnung von Milizen und Banden aufrechterhalten wurde. Zwar gab es dort eine Flottenbasis, aber die Soldaten mischten sich nicht in die Angelegenheiten der Bewohner ein, solange es nicht zu größeren Ausschreitungen kam. Der Flottenstützpunkt befand sich an einem Ende des gigantischen zylindrischen Habitats, an dem Ausleger und Türme wie knorrige Wurzeln ins All ragten. Zwischen ihnen hatten etliche Schiffe festgemacht, die jetzt im einheitlichen Grau der Heimatflotte glänzten, obwohl sie früher vielleicht zur östlichen, westlichen oder irgendeiner anderen Allianz gehört haben mochten. Zubringerfahrzeuge schwirrten zwischen den Aufbauten der Hafenanlage und den riesigen Schiffsrümpfen herum. Transporter und Fähren brachten Personal und Verpflegung zu ihren Bestimmungsorten, die Stadt selbst wirkte wie eine wirre Ansammlung von Gebäuden unterschiedlicher Größe und Bauart, die wie Speere oder Klingen durch die Wände des Zylinders gedrungen waren, auf deren Innenseiten sich Parks und Wiesen befanden. Diese Strukturen bildeten eine Stadt innerhalb und außerhalb der riesigen Walze. Unzählige Lichter glommen in den Gebäuden, die in die schwarze Leere stachen, welche Chester umgab. Dort lagen auch etliche zivile Häfen, in denen ein ständiges Kommen und Gehen herrschte. Ein Sammelpunkt für allerlei Gesindel und Abschaum. Dominic wollte sich nicht ausmalen, welche Verbrechen sich dort Tag für Tag ereignen mochten. Die Teile der Stadt, die sich im Inneren befanden, lagen in hellem Sonnenlicht, welches durch die vielen transparenten Stellen des Habitats drang. Es gab nur wenig Grün, das die wuchernde Metropole umgab. Niemand musste Dominic erklären, dass Chester zugrunde gehen würde, sollten die Lieferungen der Agrarsphären oder die Ernte des zerbombten Heimatplaneten ausbleiben. Nach Dienstschluss trafen sich Dominic und Cyrus in ihrem Quartier. Cyrus hatte einen wachen Verstand und als sie auf Samaria angekommen waren, begannen seine Gedanken zu rasen. Ich hatte fest damit gerechnet, als Geisel auf dem Piratenschiff zu landen, sagte Cyrus. Er lag auf seinem Bett und starrte gedankenverloren an die Decke. Stattdessen sind wir wieder hier und erfreuen uns bester Gesundheit. Dominic beschloss ihm nicht zu erzählen, was er in der zentralen Stadt von Samaria erlebt hatte. Er nahm Roslyn und seine Drohungen ernst. Wenn irgendetwas über ihren Besuch bei den Piraten herauskam, wollte Dominic nicht der Schuldige sein und den Zorn des ersten Offiziers zu spüren bekommen. Wie kann es profitabler sein? überlegte Cyrus weiter. Gefangene einfach laufen zu lassen. Oder geht es gar nicht um Profit? Du weißt schon, dieser alte Admiral. Hast ja auch gehört, was der von sich gegeben hat. Eine Verschwörung. Ist das der Grund, warum wir mit nur einem Schiff hierher geflogen sind? Um kein Aufsehen zu erregen? Gab es ein konspiratives Treffen aus Samaria? Will Perk die Flottenleitung hintergehen? Ob Perk mit den Piraten sympathisiert? Lass Perk aus dem Spiel, antwortete Dominic. Und halte einfach mal die Klappe. Ist also was dran an meiner Vermutung? Er nickte selbst zufrieden. Offenbar werden bald einige vom Oberkommando gekillt. Naja, mir soll es egal sein. Hab kein Mitleid mit den Bastarden. Vielleicht ändert sich was, wenn die alten Köpfe rollen. Mach dir lieber Gedanken darüber, was wir auf Chester machen werden, wechselte Dominic das Thema. Ist das dein Ernst? Cyrus schüttelte fassungslos den Kopf. Chester ist das Beste, was uns passieren konnte. Von mir aus können wir ewig dort bleiben. Ich habe nur Schlechtes gehört. Von Leuten, die keine Ahnung haben. Er setzte sich auf. Ich war schon dreimal dort. Ich kenne da ein paar Restaurants und Bars, die man gesehen haben muss. Ich führe dich gern rum, damit du auch mal was mitbekommst vom Leben, bevor du den Heldentod stirbst. Dominic gab keine Antwort und schüttelte sein Bett auf. Er war hundemüde und wollte keine Diskussion anfangen. Du brauchst keine Angst zu haben, beschwichtigte Cyrus. Ich weiß, wie man sich auf Chester bewegen muss, um keine Probleme zu bekommen. Zwei Jungs aus der Backbord Schützen Linie habe ich schon dieses Habitat ansteuerten. Womöglich war ihm die Aussicht auf etwas Zerstreuung und Spaß am Ende doch wichtiger, als über irgendwelche Verschwörungen nachzugrübeln. Vielleicht nahm Cyrus die Konsequenz seiner Gedanken aber auch einfach nicht ernst genug. Seine Spekulationen. Nichts weiter als ein amüsanter Zeitvertreib. Bis jetzt waren sie heil davongekommen und Cyrus schien jemand zu sein, der sich kurz schüttelte und dann das Unglück vergaß. Dominic hingegen beunruhigten Cyrus Gedanken und vor allem die Vorstellung sich länger als nötig an einem Ort wie Chester aufhalten zu müssen. Andererseits wollte er sich auch nicht einen Feigling schimpfen lassen. Also gut, sagte er schließlich und wickelte sich in die Decke ein. Ich komme mit. Aber ich bestimme, wann wir wieder auf die Zora zurückkehren. Einverstanden, meinte Cyrus vor Freude. Du wirst nie wieder zurückkehren wollen. Perk und Roslyn hatten sich zivil gekleidet und saßen nun in einem Gleiter, der sie in das Zentrum der Stadt bringen sollte. Es war ein kleines Fahrzeug mit abgetrennter Fahrgastkabine. Der Fahrer war ein junger Mann, der sie bereits erwartet hatte. Roslyn gefiel die ganze Angelegenheit nicht, auch wenn er einräumen musste, dass es um der Flotte geregelt hätte, aber sie waren nun mal auf die Informationen der Piraten angewiesen. Er blickte nachdenklich aus dem Fenster und sah das verschachtelte Chaos der Gebäude vorüber ziehen. Er sah auch auf die grünen Ebenen des gewölbten Horizonts, die sich bis über ihre Köpfe hinauf zogen, wo er direkt auf die Dächer weiterer Häuser sehen konnte, oder auf Köpfe der Menschen, die sich in den Gassen dort oben bewegten. Angesichts der ganzen Katastrophe, meinte Roslyn Ernst, hätte ich der Mannschaft Ausgehverbot erteilt und damit nur die Aufmerksamkeit auf uns gezogen, versetzte Perk, der deutlich unter Anspannung stand. Ein kleiner Zerstörer, dessen Leute nicht von Bord gehen dürfen? Man würde sich Fragen stellen. Und wenn jemand quatscht? Ich bin mir der Risiken bewusst. Ich denke, dass die erfahrenen Offiziere den Mund halten können und dass sich Kadetten mit irgendwelchen Geschichten hervortun wollen, ist bekannt. Darauf wird man nicht viel geben. Hier gibt es 22 Häfen mit Gaunern aus allen Welten. Informationen werden hier hoch gehandelt. Bei dem geringen Sollt ist es nur zu wahrscheinlich, dass jemand auf die Idee kommen kann, sich etwas dazu zu verdienen. Und ich bin mir sicher, dass die Informationshändler auch aus der Prahlerei von Kadetten die Wahrheit herausfiltern können. Ich habe eine Menge guter Leute unter meinem Kommando. Auch die neuen habe ich mit Sorgfalt ausgewählt. Roslin schien nicht überzeugt. Die Hälfte der Mannschaft besteht aus Grünschnäbeln, egal wie gut ihre Vorgesetzten sie beurteilen. Und nach den turbulenten Ereignissen der vergangenen Stunden werden sie das Bedürfnis haben zu tun mit denen wir früher unterwegs waren. Ich lege für keinen die jetzt noch auf der Zora sind die Hand ins Feuer. Wenn ich Ausgangssperre verhängt hätte, würden alle anfangen Fragen zu stellen. Selbst jene, die die ganze Sache schon wieder vergessen haben. Und jetzt Ende der Diskussion konzentrieren wir uns auf das Treffen mit Blake. Natürlich waren Roslins Argumente nicht von der Hand zu weisen, sich nun mal entschlossen, keine schlafenden Hunde zu wecken und sah es wohl für notwendig an, den Anschein von Normalität aufrecht zu erhalten. Dennoch Roslin behagte es nicht, sich nochmals mit Blake zu treffen, unabhängig davon, welche Bewunderung er einst für den alten Admiral gehegt hatte. Womöglich lag es weniger an dem Umstand, dass Blake die Seiten gewechselt hatte, was es Roslin so schwer machte. Es schien vielmehr der Schmerz, den die verblasste Bewunderung für den ehemaligen Admiral hinterließ und die in Fragmenten noch vorhanden war. Geschissen drauf, murmelte Roslin während der Gleiter in die Häuserschluchten eindrang. Das Fahrzeug steuerte auf einen der großen Türme zu, die im Zentrum der Stadt aufragten. Es hielt direkt vor dem breiten Eingang eines der vielen Clubs, der von zwei in blauer Uniform flankiert wurde. Darüber der Name des Feldherrn Sun Tzu in prunkvoller goldener Schrift. Auf dem breiten Boulevard vor dem Eingang herrschte dichtes Gedränge. Gut gekleidete und weniger gut gekleidete Menschen flanierten über das Keramikpflaster. Das Schrillen von Werbebotschaften, die Stimmen der Passanten und das Brummen zahlloser Fahrzeuge, die zwischen den Häusern hindurch schwirrten, vermischten sich zu einem Klangteppich, der Roslyn an das Rauschen eines Wasserfalls erinnerte. Es war lange her, dass ihm so viele Menschen dicht gedrängt auf einem Fleck begegnet waren. Auch das beunruhigte ihn. Es war ungewohntes Terrain, auf dem sich die beiden bewegten. Probieren Sie den Wang Tsun, rief ihnen der Fahrer hinterher und fuhr los, ehe ihn Perk bezahlen konnte. Verdammt, zischte Roslyn. Ich wollte ihm noch sagen, dass er warten soll. Das Innere des Lokals war modern und stilvoll eingerichtet. Rot- und Kupfertöne beherrschten die Szenerie. Ungewöhnlich laute und rhythmische Musik lag in der von süßlichem Sandelholzduft durchdrungenen Luft. Auf zwei, drei beleuchteten Plattformen tanzen junge, barbusige Frauen, die sich im Takt der Slam-Punk-Musik verrenkten. Der Club war gut besucht und offenbar der Treffpunkt zwielichtiger und wohlhabender Bewohner von Chester, wie Roslyn feststellte, als er die Gäste in Augenschein nahm. Die Gesichter gefielen ihm nicht. Einige wirkten verschlagen und gewalttätig, andere arrogant und stolz. Die Männer befanden sich allesamt in Begleitung schöner Frauen, die genauso wenig zu ihnen passten wie ihre teuren maßgeschneiderten Anzüge. Ein junges Mädchen in einem hübschen rot-goldenen Livret trat an Roslyn und Perk heran. Ein Lächeln stand in ihrem schmalen Gesicht mit den schönen asiatischen Augen, eingerahmt von einem adretten Pagen Schnitt. Sie lächelte freundlich. Sie müssten Ashton und Rivers sein, begann die junge Frau mit chinesischem Akzent. Blake erwartet sie bereits, wenn sie mir folgen wollen. Roslyn konnte nicht Ashton und Rivers, bemerkte er abfällig, während er den Blick auf die junge Frau gerichtet hielt. Wer ist wer? Hat Blake dir das auch mitteilen lassen? Perk grinste breit. Ich nehme mal an, ich könnte Ashton sein. Klingt beides total bescheuert. Und für die Vornamen hatte Blake wohl keine Zeit mehr, oder? Blake saß in Begleitung des schwarzen Käptains und der dunkelhaarigen Frau, die dieser geohrfeigt hatte, an einem runden Tisch in einer Wand Nische. Schön, dass sie gekommen sind, eröffnete Blake und machte eine einladende Geste. Bitte setzen sie sich doch. Hier gibt es einen ausgezeichneten Whisky. Roslyn hätte geantwortet, dass er eigentlich nicht darauf aus war, mit Gesindel zu trinken, oder dass sie eigentlich noch im Dienst wären, doch auch das erschien in Perks Augen in einer Bar eher ungewöhnlich und würde wohl die Maskerade beeinträchtigen. Ich nehme einen Whisky, sagte Perk. Einen Traditional Rosebank, 21 Jahre ohne Eis, wenn ich bitten darf. Roslyn ließ die Piraten nicht aus den Augen. Ich schließe mich an, aber ich möchte ihn mit viel Eis, ich will einen Grund haben, mich nicht an dieses Treffen erinnern zu müssen. Wenn das mal nicht ein Fehler ist, die Runde geht auf mich, sagte der einstige Admiral zu der jungen Bedienung, die sich daraufhin entfernte und wenig später die Getränke brachte. Perk drehte nachdenklich das Glas auf dem Tisch, bevor er einen Schluck nahm. Haben Sie die Informationen dabei, über die wir gesprochen haben? Blake holte eine flache quadratische Kristallscheibe aus der Innentasche seiner Weste hervor und legte sie auf den Tisch. Namen der Personen und der involvierten Schiffe, Daten über spezielle Erntemissionen und Angaben über die Ware, sowie die Art und Weise, wie die Lieferung erfolgte. Ihr erster Offizier hat auf Samaria eine Kostprobe davon erhalten, was ich mit der Art und Weise meine. Er hat ihnen doch bestimmt geschildert, was er dort zu Gesicht bekommen hat. Sie verlangen doch bestimmt eine Gegenleistung. Wie ich schon Roslyn gegenüber bemerkte, sehe ich mich noch immer im Dienste der Menschheit, auch wenn ich nun andere Methoden verwende. Sein Blick wanderte zwischen Roslyn und Perk hin und her. Der erste Offizier der Zora sah dabei zu, wie das Eis in seinem Glas schmolz. Aber natürlich habe ich etwas im Sinn, das sie für mich tun könnten, fuhr Blackford. Perk hob entschuldigend die Schultern. Ich weiß nicht, ob ich in der Position bin, ihnen einen Gefallen zu tun. Immerhin wagen sie schon sehr viel, wenn ich das feststellen darf. Der Käpt'n schürzte die Lippen und sah in sein Glas. Da haben sie immerhin recht. Ich nehme an, fuhr Blackford, dass sie dieses Risiko für einen guten Freund auf sich nehmen. Eine solche Sache ohne Rückendeckung durchzuziehen, kommt mir eher unwahrscheinlich vor. Wagemut ist das eine, Dummheit das andere. Natürlich kann ich mich auch täuschen, doch das tue ich selten. Roslyn hatte Blake bisher nicht als eitel eingestuft, aber er besaß eine ziemlich selbstgefällige Ader, die in den Berichten, die er über diesen Mann gelesen hatte, bislang unerwähnt geblieben war. Das Ganze macht mir nicht den Eindruck, Blake rührte mit der Hand in der Luft herum, als wären sie in einer offiziellen Mission nach Samaria gekommen. Perk trank einen weiteren Schluck und gab erneut keine Antwort. Ich würde gerne mit der Person sprechen, der sie offenbar setzen, so viel Einsatz wagen. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Verstehe. Blake holte ein Kuvert aus seiner Weste hervor und legte es neben dem kristallinen Datenträger auf den Tisch. Es wäre mir recht, wenn sie ihm diesen Brief übergeben würden. Darf ich erfahren, was darin steht? Selbstverständlich, verkündete er mit gönnerhaftem Tonfall. Es handelt sich um ein Gesuch auf freie Hand in gewissen Belangen. Im Sinne des Wohles der Menschheit, traute Roslyn sarkastisch anzumerken. Blake schien tatsächlich überzeugt, noch immer auf der richtigen Seite zu stehen, so viel verriet sein überlegenes Grinsen. Ganz recht, sagte Blake. Ich habe nie Schiffe angegriffen, auf denen lediglich Zivilisten unterwegs waren. Schiffe, die zu einem Flüchtlingskonvoi gehörten, voll mit Menschen, die nur nach Hause oder in Sicherheit wollten. Ich habe mir meine Ziele immer sorgfältig ausgewählt. Soviel ich weiß, hat es sich jedes Mal für sie gelohnt, warf Perk ein. Klingt nicht nach den Taten eines selbstlosen Mannes. Die dunkelhaarige Frau mit der Medusenfrisur fixierte Perk mit eisigem Blick. Natürlich hat es sich gelohnt, knurrte sie mit grimmigem Lächeln. Die Schiffe gehörten Typen, die in diesen Zeiten gute Geschäfte machen. Und das sind keine Leute mit ehrenhaften Absichten. Urteilt eine Ratte über die andere, knirschte Roslyn, kippte seinen wässrigen Whisky hinunter und knallte das Glas auf die Tischplatte. Ihre Vorgesetzten schützen diese Verbrecher, mischte sich schließlich auch McIntyre ein. Ich sehe kein Vergehen darin, sich zu wehren und zurück zu schlagen, ganz egal, welche Uniform derjenige trägt, der mir ans Leder will. Wir wollen nicht streiten, ermahnte Blake und legte dem farbigen Käpt'n beschwichtigend die Hand auf die Schulter. Lassen Sie Ihren unbekannten Freund und Sinnen urteilen. Ich denke, er wird meine Überlegungen teilen. Immerhin scheint er sich über einige Gesetze und Vorschriften hinweggesetzt zu haben, um sie auf jene Mission zu schicken, die sie letztlich an diesen Tisch gebracht hat. Das kann einen ganz gehörig aus der Bahn werfen und die Reputation endgültig zerstören. Er erlaubte sich ein kurzes Lachen. Bei mir war es ebenso, bevor ich einen größeren Schritt stellt uns die Wahrheit vor die Fakten und wir müssen Farbe bekennen. Sie beide spüren das, dessen bin ich mir sicher. Die Wahrheit ist intolerant, rücksichtslos. Roslyn wollte sich nicht unterstellen lassen, er wäre auf dem besten Wege, ein Pirat zu werden. Jetzt malen sie den Teufel mal nicht an die Wand. Ich hielt die Flets zu Anfang auch nur für ein Hirngespinst, gab Blake zurück. Für eine dieser düsteren Legenden, mit denen sich die Leute zu gerne gruseln und sich die Zeit vertreiben. Bis sich die Beweise verdichteten. Ich bin mir sicher, Captain, sie haben ebenfalls Gründe, nicht alles von der Hand zu weisen, was man sich so über dieses Thema erzählt. Oder liege ich da falsch? Captain Pirke sah den Mann über sein Glas hinweg an. Was ich glaube, ist meine Sache. Blake schien nun doch ein wenig die Geduld zu verlieren. Er tippte mit dem Zeigefinger auf das Kuvert. Also, werden sie mir diesen Gefallen tun? Ich denke, ich kann ihnen diesen Gefallen tun, antwortete Pirke. Aber ich kann natürlich nicht garantieren, dass mein Kumpel ihnen einen Freibeuterbrief ausstellen wird. Denn darum geht es doch oder etwa nicht? Blake nickte anerkennend. Ja, das trifft genau den Punkt. Ich befinde mich ebenfalls auf einer Mission und es wäre gut, wenn ich den Rücken frei hätte. Ihnen zu begegnen war ein Glücksfall oder vielleicht sogar Fügung. Kaum hatte er zu Ende gesprochen, da veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Er fuhr hoch und starrte mit finsterer Miene über seine beiden Gäste hinweg. Perk und Roslyn folgten seinem Blick. Im Foyer des Clubs schien gerade ein Tumult zu entstehen. Es war im Halbdunkel nicht genau zu erkennen, was dort vor sich ging, aber sah wie ein Handgemenge aus. Ein Mann brüllte Drohungen und plötzlich flogen die Fäuste. Roslyn sah, wie eine Person niedergedrungen wurde, eine andere konnte sich jedoch losreißen und taumelte benommen ins Licht. Ein Schuss krachte und die Gäste, die im Club friedlich an ihren Tischen gesessen hatten, suchten Deckung oder zückten an den Türstehern vorbeigeschmuggelte Waffen. Roslyn tastete instinktiv nach der Pistole an seinem Gürtel, doch die hatte er auf Perks Befehl hin an Bord der Zora gelassen. Er verfluchte sich und sein Pflichtgefühl. Er wusste, sie würden in Schwierigkeiten nicht wohl bei der ganzen Sache. Er wäre lieber an Bord geblieben und hätte gewartet, bis die Zora abgelegt und mit neuer Order zu ihrem neuen Einsatzort geflogen wäre. In diesem Moment aber saß er in einem Schwebetaxi und sah auf die Stadt hinunter. Er und seine Begleiter trugen schicke blaue Ausgehuniformen mit silbernen Knöpfen. Dominic wäre es allerdings lieber gewesen, sich unauffällig und in ziviler Kleidung ins Gewühl von Chester zu stürzen, aber Cyrus hatte darauf bestanden, in Uniform auszugehen. Die Türen würden ihnen offen stehen und die Frauen sich ihnen an den Hals werfen, hatte er behauptet. Dominic bezweifelte beides. Immerhin war Chester voller Abschaum und Gesindel, die einem Uniformierten lieber den Hals durchschneiden würden, als sich an diesen zu hängen. Ob für Tonja Kutienko das einzige Mädchen in ihrem kleinen Trupp auch ein Vorteil herausspringen mochte, wagte Dominic zu bezweifeln. Er glaubte, dass Männer ihre Uniform eher abschrecken würde. Er zweifelte jedoch nicht daran, dass die aufgeweckte Rothaarige ihren Spaß haben würde. Offenbar mochte sie es, angegafft zu werden, die drei anderen waren, wie Tonja, ebenfalls im zweiten Jahr ihrer Ausbildung. Der große, schwarzhaarige Mike Stanton konnte behaupten, einer der besten Schützen zu sein, die Dominic befehligte. Er rang Dominic das Versprechen ab, bei der nächsten Gelegenheit ihre Fähigkeiten miteinander zu vergleichen. Drew und Frank waren Brüder, die mit dem Familien Namen Carlson hießen. Mit ihren hellblonden Haaren und wasserblauen Augen stachen sie aus der Gruppe heraus. Sie behaupteten, von irgendeinem Wikinger abzustammen, der Amerika entdeckt haben soll, und meinten, es sei deshalb unvermeidlich gewesen, zur Flotte zu gehen, die ihrer Ansicht nach ein annehmbares Äquivalent zur Berufung ihrer seefahrenden Vorfahren bilde. Halt! rief Cyrus plötzlich und klopfte gegen die Scheibe, die das Fahrerabteil vom Passagierbereich trennte. Sofort anhalten! Er schlug mit der Faust gegen das Glas, als der Fahrer nicht sofort reagierte. Anhalten und umkehren! Der Fahrer wendete sich um. Wir haben noch ein ganzes Stück bis zum Zentrum. Egal, sofort anhalten und umkehren, beharrte Cyrus und deutete hinter sich. Dorthin! Was wollen sie da? meinte der Mann verärgert. Das ist Free Heaven, da möchten sie bestimmt nicht aussteigen. Fahren sie sofort zurück! Der Fahrer kam dem Drängen seines Passagiers schließlich nach und wendete das Fahrzeug. Was hast du denn? erkundigte sich Dominic stellvertretend für die anderen, die Cyrus entgeistert und verdutzt anstarrten. Wirst es gleich sehen, antwortete er, während das Taxi an den heruntergekommenen Fassaden vorbeiglitt. In der Schlucht zwischen zwei dicht beieinander liegenden Türmen konnte man einen Blick auf das Areal eines kleinen Raumhafens werfen. Ein wirres Durcheinander von Plattformen und Haltegreifern, um ankommenden Raumschiffen die Landung oder das Andocken zu erleichtern. Das, was Cyrus aufgefallen war, sprang nun auch Dominic ins Auge. Ein Katana, der inmitten der hoch aufragenden Gebäude auf einem der Landeplätze niedergegangen und durch Stege und Brücke mit den Häusern verbunden war. Umfliegen Sie den Block, befall Cyrus. Fliegen Sie in eine der Seitengassen. Lassen Sie uns dort aussteigen. Ich werde nicht auf Sie warten, schnautzte der Mann am Steuer des Wagens. Macht fünfzig Solarcoins. In bar. Kein Siron-Scheiß. Cyrus griff umständlich in seine Gesäßtasche zog sein Portemonnaie hervor und kramte einige Scheine zusammen, die er dem Fahrer in die schmale Durchreiche legte. Ist mehr als sie verdienen. Der Fahrer nahm das Geld sofort an sich, stopfte es in die Jackentasche und lenkte das Taxi in einem schmalen Durchstrich zwischen den hohen Gebäuden hindurch. Am Ende der dunklen und schmutzigen Gasse konnte man die hellgraue Bordwand des Katana erkennen, die im Sonnenlicht glänzte. Bist du komplett verrückt geworden? protestierte Tonja. Was wollen wir hier? Keine Diskussion jetzt, schimpfte der Fahrer. Er ließ den Gleiter aufsetzen. Der Mann war aufgeregt und die Landung hart. Die Türen öffneten sich. Raus mit euch, zischte er. Schnell! Mike war der Erste, der ins Freie trat. Ich hoffe, du hast einen verdammt guten Tipp, der uns einen unvergesslichen Tag beschert. Er hielt Cyrus die Faust vor das Gesicht. Wenn ich hier meine Zeit verschwende, stecke ich sie dir bis zur Schulter in den Arsch. Die Karlsenbrüder schwiegen angespannt und beobachteten, wie sich die Situation entwickelte. Das Wikingerblut war anscheinend in ihren Adern zum Stocken geraten, dachte Dominic, als er an ihre Gesichter sah, die im Dunkeln noch bleicher wirkten. Tonja fauchte wie eine wütende Katze, als sie ausstieg. Die Runden heute Abend gehen auf dich, so viel ist klar. Cyrus schien Alders Gezeter nicht zu hören. Er beachtete weder Mikes Drohung noch Tonjas Gezeter, die schließlich bemerkte, wie dreckig die Gasse war und wie sehr es dort stank. Seine Aufmerksamkeit galt ganz dem schlanken Schiff, als das Taxi über ihren Köpfen empor schwebte und davon brauste. Verdammt! Dominic schlug Cyrus ärgerlich gegen die Schulter. Katanas sind zwar selten, aber es sind keine Einhörner. Das Ding da schon, entgegnete Cyrus flüsternd. Er schlich auf das Ende der Gasse zu. Dort angekommen drückte er sich in den Schatten hinter einem Strang dicker Rohre, die an der Hauswand in die Höhe führten. Dominic und die anderen suchten hinter ihm Deckung. Ich erkenne es wieder, brachte Cyrus. An dem Streifschuss, da an der Steuerbordseite, das sind die, die uns auf Samaria angegriffen haben. Dominic antwortete nicht. Er erinnerte sich noch gut an das Gespräch zwischen Roslyn und Blake auf Samaria. Es ergab durchaus einen Sinn, hier auf Blakes Leute zu stoßen. Das wäre schon ein großer Zufall, behauptete Dominic, der die Gefahr witterte, die diese Situation in sich bag. Aber dein Kumpel hat schon recht, tönte eine dunkle männliche Stimme, deren Ursprung nicht zu lokalisieren war. Die haben uns auf Samaria ganz schön zugesetzt. Aus dem Schatten hinter ihnen löste sich eine Gestalt. Es war ein großer, schlachsiger Mann mittleren Alters in der Kampfuniform der Heimatflotte. Die Schulterklappen wiesen ihn als Offizier aus. Er war mit einem Gewehr bewaffnet und trug einen Helm. In seinem hageren Gesicht glitzerten helle, graue Augen. Hohe, markante Wangen 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 Knochen wölbten die gebräunte Haut. Alles passte zur übrigen Erscheinung des Mannes, der Kampf erprobt und kalt wirkte. Nein, Sir, sagte Cyrus und rang sich ein gequältes Lächeln ab. Wir werden Blake jetzt eine Lektion erteilen, fuhr der Offizier grinsend fort. Die wird darin bestehen, dass sie am Ende in den Fleischtöpfen auf den galaktischen Kernwelten landen werden. Die Konsumenten lieben lebende Ware. Ich werde dafür sorgen, dass die Kunden bekommen, was sie wollen. So können die Piraten noch eine Weile über ihren bisherigen Lebensweg nachdenken, bevor man sie tranchiert. Also stellt eure Strahler auf Stoßmodus ein für einen beherzten Knockout. Dominik fühlte, wie sich ihm der Magen umdrehte. Die Bilder von den gequälten Menschen in ihren Behältern drängten wieder in sein Bewusstsein. Am liebsten wäre er dem Mann an die Kehle gegangen. Hast noch nicht viele Gefechte erlebt, Kleiner, oder? meinte der Offizier spöttisch, der Dominiks Unbehagen bemerkte. Siehst blass aus, dass du mich nicht umkippst. Nein, Sir, bestimmt nicht. Dominik versuchte gelassen und gleichgültig zu wirken, aber es gelang ihm nicht. Ich habe noch noch nie, ich meine, es ist einfach, bei den Streunern, meine ich, aber, der Offizier runzelte die Stirn. Kommt ihr alle vom selben Schiff? erkundigte er sich misstrauisch. Wer ist euer Käpt'n? Niemand antwortete und Cyrus kaute stattdessen auf seiner Unterlippe herum und suchte nach Worten. Der Mann hatte die Maskerade durchschaut. Der Mann kam nicht mehr dazu, sein Gewehr auf Cyrus zu richten, als der Knall eines Rail Geschosses durch die Häuserschlucht hallte. Im nächsten Moment zerplatzte der Hinterkopf des Offiziers und er sackte zu Boden, bevor er sein Gewehr abfeuern konnte. Dominic reagierte instinktiv und sprang hinter einen Strang aus Leitungen und Aggregaten in Deckung. Es krachte und blitzte. Rauch erfüllte die Luft. Funken flogen, er hörte Geschrei und sah, wie einige Soldaten getroffen zu Boden gingen. Cyrus und Mike hatten unter einem Lastenfahrzeug Zuflucht gefunden und drückten sich hinter einen der großen Reifen zusammen. Tonja und die Carlson Brüder hatte Dominic aus dem Blickfeld verloren. Der Katana feuerte aus seiner leichten Bordbewaffnung und behagte die Gasse. Betonsplitter flogen Dominic um die Ohren, Fetzen von glühendem Metall prasselte auf den Boden um ihn herum, Feuer brach aus, ein Fahrzeug ging in Flammen auf und ein Teil der Ladung explodierte. Der Qualm wurde dichter, drang in Dominics Lungen, seine Augen begannen zu tränen. Das Gefecht dauerte eine ganze Weile, bis es endlich still wurde. Kurz darauf tauchten die Piraten auf, ein Trupp martialischer Kämpfer, wie Dominic sie zuletzt auf Samaria gesehen hatte. Einer von ihnen bemerkte Dominic, kam mit schnellen Schritten auf ihn zu und packte ihn an den Schultern. Mit einer kraftvollen Bewegung zerrte er ihn aus seiner Deckung. Den da kenne ich, rief er einem seiner Kameraden zu. Der war bei denen, die wir auf dem Flat Stützpunkt gefangen genommen haben. Aus der Gruppe, die in die Gasse gekommen war, löste sich eine schlanke, große Frau, die einen Helm mit Visier trug. Sie baute sich vor Dominic auf, der noch immer auf dem Boden kauerte und klappte das Visier hoch. Ein schmales Gesicht mit schönen grünen Augenkahn zum Vorschein. Sie lächelte Dominic an. Ja, ich erinnere mich an den Kleinen. Wir müssen ihn und seine Kumpel zum Boss bringen, meinte der andere, und ihm mitteilen, was gerade passiert ist. Die schöne Frau hatte etwas Unergründliches in ihrem Blick. Natürlich müssen wir das.